Musik Ich merke mich mal gerade ganz kurz aus dem Schnitt, ich muss nämlich nur kurze Infos dazu abgeben. Das ist mein erster Vlog, den ich jetzt mit meiner neuen Kamera gefilmt habe. Habe deswegen mich erstmal ausprobieren müssen. Der Ton ist teilweise, was ist teilweise eigentlich fast durchgehend, ziemlich, ziemlich übersteuert. Die Kamera hat da nicht ganz so mitgemacht, beziehungsweise das kleine eingebaute Mikro. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft probieren, das Problem zu beheben und hoffe, es stört auf jeden Fall nicht weiterhin. Also viel Spaß. So, wir sind wieder am Start. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Oberhausen, unser Hotel. Wir freuen uns. Wir freuen uns, schauen wir mal, was wird. So, wir sind jetzt angekommen. Wir haben jetzt hier unsere Sachen. Ich brauche gar nicht viel für einen Tag. Ich finde das total berechtigt. Das ist Stani bei uns, aber ja, ist normal. Wir gehen jetzt einchecken. Das sieht schon wie in so einem Horror. Oh, da kannst du Schuhe pusten. Ich sag, die sind safe nights English Grace da und so. Guck mal. Aber ich finde es immer noch gemütlich. So, die liebe Julia scheint uns jetzt unser Essen. Das ist so riesiges Stück. Das ist nur unsere Vorspeise ganz nebenbei. Ich habe jetzt meine Haare gerade noch gemacht. Ich habe mir jetzt einfach mal long gemacht. Julia schminkt sich noch hier unten. Hi. Ich finde es auf jeden Fall cool. Julia, wie geht es voran? Gut. Ich bin jetzt fertig gemacht. Geil der Arsch. Du darfst dich nicht wirklich spielen hier. Das hier ist mein Outtrip. Wir sind totes Overdress. Wir wissen das. Wir brauchen das nicht in den Kommentaren zu hören. Wir wissen Bescheid. Wir wissen unsere Outfits. Ich hoffe, wir sind nicht überhaupt fokussiert scharf. Wir sind nicht scharf. Boah, sind wir doch nicht so. Sind wir doch nicht so. Hör die Geballer hier. Ich bin jetzt genau nach oben. Hey, mein Bier ist ja klau. Ich hätte voll Bock auf die Hotel abgehauen. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir haben ein To-Go-Despo. Wir haben irgendwie nur 500 Meter zu laufen. Das ist echtes Wald. Wir sind jetzt einfach gleich schon da. Wir haben voll Bock. Hey, Julia. Erste Runde vier. Ich finde, wir sind gerade voll dunkel, aber egal. Ja, Mann. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ich bin jetzt auf dem Weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020